Hallo liebe Freunde und Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play Farming Simulator 19. Heute gibt es natürlich wie versprochen einen weiteren Auftrag hier. Ich werde auf H10 für den Jonas Free ein bisschen jünger verteilen. Vertrag akzeptieren und ab geht die Post. Da ist schon Fall 10, das ist so krass, der bietet 10.000 an für das bisschen Arbeit. Das ist echt cool. Musik Wir sind sehr schnell fertig. Du hast sehr sehr schnell Kohle auf dem Konto. Und dicke viel kostet der Dünger den ich hier drauf haue jetzt auch nicht. Wird zum Glück auch nicht mehr all zu lange dauern bis die eigenen Felder fertig sind. Und wir da noch mal richtig absahnen. Wie viel Prozent hat denn unser schnuppeliger Auftrag? Lass uns doch mal reinschauen. 74 Prozent. Das ist sehr schön. Letzte Reihe. So die Lohndienstleistung auf H10 ist abgeschlossen. Das heisst, ich kann direkt kassieren. Auftrag abschliessen. Hole im Sack. Ich bedanke mich bei Euch fürs Anschauen des Videos. Ich hoffe es hat Euch gefallen. Schaut doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es hier weiter geht mit einem neuen Let's Play Farming Simulator 19. Bye Bye. Auf Wiedersehen. Bis dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.